was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten folge von the last of us 2 so wir machen jetzt eine stelle weiter wo es jetzt immer stehen geblieben sind beziehungsweise ich bin endlich raus aus diesem haus welle um welle mussten wir bekämpfen auf jeden fall vielen dank für den support der letzten folge meine lieben leute und ich würde sagen dass du dich rasiert hast bei uns gibt es keine reue ich hätte einfach weglaufen sollen dann wäre ja was alles nicht passiert zu hause zu hause denn hilfe wenn wir noch diesen das spiel ist größtenteils selbst erzählen man braucht eigentlich als let's player einfach nur laufen lassen theoretisch moment moment wir haben heftig scheiße bekämpft und so okay hier kann man aber wirklich nicht bleiben erstmal schauen dass wir uns wieder auf munitionieren können sie führe dich den versuch eines aus anderes okay ja auf jeden fall ein ganz ganz nettes let's play würde ich sagen oh okay weiter gehst du nicht aber aber warum weil sie dich töten wollen ich störe sie höchstens bei ihrer backgammon ich gehe vorne rein hol mir das zeug und komme wieder du bleibst hier ja ja okay das wird ja mal wieder was okay wir gehen mal auf tauchstation ich bin ein wolf nicht schießen ich bin's abby 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 das ist abby scheiße ist die allein ja okay es riecht nach ärger in der luft scheiße bist du hergeschwommen das boot hatte ein leck ich brauche medizinische vorräte ich erledige was für isaac wir bringen all diese dinge zu isaac was braucht er kann nicht drüber reden es hat nichts mit der basis zu tun ja alles wird eingepackt und weggeschafft sie mal nach ob jemand hat was du brauchst okay ist nora auch hier gestern meinte sie dass sie herkommen will gerade mit dem letzten transport los aber sie kommt wieder okay danke wie kommen die immer noch an neue rekruten vielleicht verpassen sie allen eindringlingen eine gehirnwäsche scheiß verräter und hier wird erstmal gut weggebrannt da eine nach der anderen sind da noch vorräte drin wir haben noch einige etagen vor uns wir haben viel glück irgendwie kommt mir das mysteriös vor und wurdest du auch hergeschickt ja was sei nackt ich brauche medizinische vorräte kannst du mir zeigen wo ist tabby isaac hat sich gemeldet du sollst zurück zur basis ich rede noch mit isaac mach das persönlich du fährst mit der nächsten lieferung sorry was soll das denn sie ist seit gestern fahnenflüchtig streck die hände aus sch ei 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 hey 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 lass mich jetzt hier raus komm du wirst dir die schulter auskugeln nora wow hätte nie gedacht dass du sich mit isaac versaust und warum im aquarium ich weiß es von manny ich brauche verbandszeug wieso was ist mit ihm kompartment syndrom zerträmmerte arm du behandelst ihn doch nicht oder wir haben nicht viel zeit haha scheiße das meiste was wir hier hatten wurde schon weggebracht was die unteren etagen fehlen uns doch und gibt es das da ja wahrscheinlich aber es ist hart da unten ich komm klar wenn sie dich kriegen hatte ich nichts damit zu tun na klar okay dann komm ach du scheiße kompartment syndrom fuck ja gut dass er mit einer ärztin liiert ist ist mel okay ja sie war so fertig nach dem gespräch mit isaac isaac hat mit ihr geredet als ihm klar war dass du weg bist hat isaac uns alle verhört er war nicht nett zu ihr hat jemand geredet nein wo wollt ihr beiden hin wo wollt ihr beiden hin abbie holen das boot ist abfahrbereit da sind noch ähm kisten im dritten stock könntet ihr die erst holen das boot ist ziemlich voll bitte sonst bin ich den ganzen tag hier na schön danke oh nett von nor bist du okay immer wenn die macht sich große sorgen um dich weiß er dass ich hier bin er wird's bald wissen okay und was hat Owen Moment alles okay also was hat Owen vor wenn Mel den Arm amputiert hat ähm er hat von Santa Barbara gesprochen er weiß dass das Schwachsinn ist oder Gott Mel tut mir so leid ja mir auch okay hier sind die Intensivstation das Traumazentrum und Operationssäle klingt perfekt es gibt einen Grund warum wir hier noch nicht waren das war Ground Zero für die ganze Stadt hier brachten sie die ersten Infizierten hin als es los ging okay es wird total überwuchert sein es wird total überwuchert sein danke Nora durch alleine ich kann ja nichts machen du kannst du schlafen dein Überleben sei lang und mein Tod sei schnell wir sehen uns in der Basis bald hoffe ich ja okay viel spaß ich bin ein raus ohne maske okay 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 komm ich hier durch ja und wenn die Munition ist öffne lieber mal die Kiste die Schublade Sie haben keine Ahnung was ihnen blüht ne leider nicht auf jeden Fall Messer erstmal herstellen falls uns wieder einer zu nahe kommt und knutschen will Sieht gar nicht so schlimm aus Nein überhaupt nicht Sieht sehr einladend hier aus Intensiv Ist natürlich zu Wäre ja auch zu einfach Okay dann Trauma oder Chirurgie Jetzt auch zu So Jetzt kommen wir eh nicht mehr hoch Vorsicht jederzeit zu halten geschlossen halten Okay Das Traumazentrum muss da drin sein Ja aber wir gucken hier noch kurz Schrauben Falls wir eine Schraube locker haben Können wir direkt austauschen Jetzt die Kapelle nochmal eine Runde beten gehen bevor es los geht Gut dass ich beim Ausbruch nicht dabei war Ja Beste eh platt Dann wären wir eh platt So Dille Oh Gott Ja Alles mal noch Nachladen Let's go So Oder so Schönes Ding Hö Achso Achso Leckere Rohrbombe Brauchten wir auch immer an der Parade eigentlich Sonst wird das ganze ein bisschen Ach ja ja Hab da eben schon geschüttelt Mensch Komm schon Gib mir irgendwas Doch Ne leere Kann sein Hier will doch irgendwo was sein Aber wer weiß wo Oh oh krankenwagenzufahrt 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 Ein bisschen Zeugs Überlegten Lammblatt hier hin Ja Hunger Wo bin ich nur reingeraten Ja Abby Das fragst du dich Das frage ich mich Traumazentrum Okay Dann also zum Operationssaal Da hat was drin gekrummelt Können wir bitte wieder abhauen Operationssaal Gut Alles klar Okay Okay Du brauchst auch Strom Du brauchst auch Strom Dann muss hier irgendwo ein Generator sein Warte Warte Mr. Spock Ich hätte es wissen müssen Ha ha Ihr könnt mir nichts Ihr seid hinter verschossenen Türen Glück gehabt Okay Okay Fuck Das klingt als ob sie immer noch hier rumkriechen Gut So da ist kein Strom So Und noch eine Nope Wider nicht Wohin führen diese Kabel Komme ich da hoch? Ach da Lol Wäre jetzt eine Hilfe Oder Manny Ja Ja Manny Manny wäre großartig Die da Wäre großartig Finde ich Aber Naja Kein Strom Du kannst es nochmal abbrechen Feuer Ist hier noch was? Ja da war es Ja da war es Nee Ich brauche Meter Schauen wir mal Was wir noch merken können Ein Zielfernrohr können wir da noch dran bauen Was man aus Schrauben alles so machen kann Okay liebe Leute das war es auf jeden Fall an dieser Stelle ich hoffe es hat Spaß gemacht Support ist kein Mod Ihr wisst ja wie es läuft Wenn euch das ganze gefallen hat dann lass doch gerne eine Bewertung da das würde mich freuen Bis zur nächsten Folge Haut rein Wir horns Aufeten Wir haben